Hallöchen meine Freunde und willkommen zurück zu Let's Replay Super Mario Kart Double Dash. Es ist jetzt gerade Gleichstand zwischen Daisy und Donkey Kong. Und wir werden jetzt mal gucken, wer am Ende triumphiert. Wird schon einmal erwischt. Und schon ist erstmal Bowser ein bisschen nach hinten gedriftet. Äh, mein Donkey Kong. Entschuldigung. Obwohl doch fast eigentlich Bowser Junior ist auch dabei. So, und wir überholen doch schnell Daisy und dann geht das wieder. Ha, ich hab's doch gewusst. Ich hab Blut, dass die Paracupa da vorne bei sich hat, denn der hat ja drei rote Panzer auf einmal. Okay. Oh, Big Banana. Geil. Ich muss die aber jetzt strategisch verzieren. Boah. Am besten dazwischen. Da sehen wir, wer reinfährt. Ja, Daisy. Perfekt. Aber du, der ist weg. Komisch. Oh, und Bowser Junior übernimmt die Führung. Schade Marmelade. Okay. Aber es geht ja auch letzten Endes um mich. Schade. Und damit sinken. Ja. Daisy Schossen auf einen Sieg. Ja. Oh, ja. Wario wins. Ja. Oh, ja. Wario wins. Erreicht haben. 16 Rennen. Also wäre eigentlich, dass alle Menschen 16 Punkte kriegen. Naja. Zwei von den fünf sind verdammt nah dran. Einer ist komplett weit entfernt. Und zwei sind mittelmäßig. Ja. Dann machen wir mal weiter. Alles klar. Oh, okay. Den kleinen Donkey Kong habe ich jetzt auch überholt. Und Daisy ist wieder in Führung. Aber ich glaube, ich werde die Items, die ich jetzt habe, behalten. Schon allein aus dem Grund. Weil ich nicht checken kann, wie... wie Daisy schneller sein kann, wie ich. Wie ich... Na, na super. Wie ist das möglich? Verdammt. Nein. Komm schon. Jawoll. Okay. So, wir haben ein Pilz-Kalke nicht entkommen. Unglaublich. Was hat die für ein getuntes Auto? Das ist doch bloß ein Blümchen-Mobil. Ähm, ja, so heißt das Kart. Und das von Peach heißt Herz-Mobil. Schon doof. Ist aber so. Und Pee und Daisy... Ja, ist wieder Zweiter. Das heißt, es ist wieder unentschieden zwischen Donkey Kong und Daisy. Und wir haben nur drei Sechser. Haha. Okay. Jetzt sind nur noch vier. Äh, müssen noch die Maximal-Dinger reichen. Jetzt sind eigentlich drei relativ nah dran. Und einer... Weit weg. ... 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 Okay, dann verabschiede ich mich mal wieder und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. ...